Die jüngsten Nachrichten, die bestätigen, dass noch vor Weihnachten Neuwahlen stattfinden werden, markierten den Beginn einer Reihe intensiver Bewegungen zwischen den politischen Parteien in Deutschland. Die Opposition, angeführt von Persönlichkeiten wie Friedrich Merz, hat bereits damit begonnen, sich für einen der erbittertsten Wahlkämpfe der letzten Jahre zu organisieren. Die Frage vorgezogener Wahlen geht jedoch weit über eine einfache politische Neuordnung hinaus. Es wirft tiefgreifende Fragen zur demokratischen Legitimität, zur Volksvertretung und zur Fähigkeit der aktuellen Regierung auf, auf die Wünsche der Bevölkerung einzugehen. Friedrich Merz, eine zentrale Figur der deutschen Oppositionspolitik, hat sich als starke Stimme gegen die aktuelle Regierung der sozialdemokratischen Partei, SPD, erwiesen. Die von mehreren Medien bestätigten Neuwahlen versetzen March und seine Verbündeten in eine strategische Position, um die Führung des Landes herauszufordern. Die Oppositionskräfte, bestehend aus mehreren Parteien, von den Konservativen der christlich-demokratischen Union, CDU, bis zu den Liberalen der liberal-demokratischen Partei, FDP, richten ihre Strategien so aus, dass sie möglichst viel Einfluss auf die Wählerschaft haben und konzentrieren sich dabei auf die Schwächen der Regierung und die wachsende Unzufriedenheit mit der Regierung von Olaf Scholz. Die Entscheidung, noch vor Weihnachten Neuwahlen auszurufen, war keine Überraschung. Die seit einiger Zeit zunehmende Nachfrage nach einer neuen Volksbefragung spiegelt die Unzufriedenheit breiter Teile der deutschen Gesellschaft mit der politischen Ausrichtung des Landes wider. Die Covid-19-Pandemie, wirtschaftliche Herausforderungen und internationale Krisen wie der Konflikt in der Ukraine haben zum Imageverlust der Regierung beigetragen. Insbesondere die Bewältigung der Energiekrise und die Umweltpolitik wurden sowohl innerhalb als auch außerhalb des Parlaments scharf kritisiert. Die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland, AfD, ist zum Zentrum einer heftigen Debatte über das Wesen der Demokratie in Deutschland geworden. Die AfD, die in Teilen des Landes, insbesondere in der ehemaligen DDR, an Popularität gewonnen hat, wird von vielen als Bedrohung für die liberale Demokratie angesehen. Ihre Gegner, darunter Friedrich Merz und andere traditionelle Politiker, zögern nicht, sie als Feind der Demokratie einzustufen. Dieses Gefühl wurde in mehreren öffentlichen Stellungnahmen zum Ausdruck gebracht und ist eines der zentralen Themen im bevorstehenden Wahlkampf. Für viele stellt die AfD das Antonym der demokratischen Werte dar, die die deutsche Politik seit dem Zweiten Weltkrieg prägen. Der Partei wird vorgeworfen, Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und Europaskepsis zu fördern und sich von den Grundsätzen der Inklusion und Solidarität zu entfernen, die die Europäische Union kennzeichnen. Andererseits positioniert sich die AfD als Stimme der Unzufriedenen und argumentiert, dass traditionelle Politiker den Kontakt zum Volk verloren hätten und ihre Politik nur einer Elite diene, die von der Realität der einfachen Bürger abgekoppelt sei. Die wachsende politische Polarisierung, die sich im Aufstieg der AfD widerspiegelt, wirft eine grundlegende Frage auf. Inwieweit kann das deutsche demokratische System solche Divergenzen bewältigen? Für die Kritiker der Partei ist die Antwort klar. Die AfD muss bekämpft und aus der Regierung ferngehalten werden. Für Verfechter einer umfassenderen und integrativeren Demokratie besteht die Lösung jedoch nicht darin, die AfD auszuschließen, sondern ihr im Bereich der Ideen und öffentlichen Politiken entgegenzutreten und zu zeigen, dass die Demokratie in der Lage ist, auf aktuelle Herausforderungen zu reagieren, ohne auf Extremismus zurückzugreifen. Olaf Scholz, der derzeitige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, steht vor einem der schwierigsten Momente seiner politischen Karriere. Seine Regierung, die mit Versprechen von Stabilität und Wirtschaftswachstum an die Macht kam, geriet schnell in eine Reihe von Krisen, die ihre Popularität untergruben. Obwohl die Covid-19-Pandemie unter Kontrolle ist, hat sie tiefe Spuren in der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft hinterlassen. Darüber hinaus haben der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Energieversorgung die Schwachstellen der Außen- und Energiepolitik des Landes offengelegt. Angesichts dieses Szenarios stehen Scholz und seine Partei, die SPD, unter dem Druck, Ergebnisse vorzulegen, die das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen können. Die Ausrufung von Neuwahlen vor Weihnachten kann sowohl als Versuch angesehen werden, einen weiteren Rückgang der Unterstützung zu verhindern, als auch als Strategie zur Erneuerung des Volksmandats, bevor sich die Situation weiter verschlechtert. Die Opposition, insbesondere CDU und FDP, ist jedoch bereit, jedes Anzeichen von Schwäche auszunutzen und hat bereits begonnen, eine Kampagne zu entwerfen, die auf Kritik an der Führung von Scholz basiert. Die CDU, angeführt von Persönlichkeiten wie Friedrich Merz, hat ihre Rhetorik auf die Notwendigkeit konzentriert, Deutschland wieder aufzubauen und argumentiert, dass die derzeitige Regierung es versäumt habe, nationale Interessen zu schützen und die Sicherheit und das Wohlergehen der Bürger zu gewährleisten. Diese Rede findet bei Teilen der Wählerschaft Anklang, die über Inflation, Energieknappheit und die Wahrnehmung besorgt sind, dass Deutschland seinen Einfluss auf der Weltbühne verliert. Eines der zentralen Themen dieser Wahldebatte ist die demokratische Legitimität. In einer Demokratie ist oder sollte der Wille des Volkes das Leitprinzip aller politischen Entscheidungen sein. Die Situation in Deutschland lässt jedoch Zweifel daran aufkommen, inwieweit die politische Klasse bereit ist, diesen Willen zu respektieren. Meinungsumfragen deuten darauf hin, dass eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung Neuwahlen wünscht, in Regierungskreisen gibt es jedoch spürbaren Widerstand dagegen, dieser Forderung nachzukommen. Dieses Dilemma verdeutlicht eine jedem demokratischen System innewohnende Spannung. Das Gleichgewicht zwischen dem Willen der Bevölkerung und der Notwendigkeit politischer Stabilität. Einerseits könnte das Ignorieren des Wunsches nach Neuwahlen als undemokratisch angesehen werden, als Verleugnung der Grundprinzipien der Volkssouveränität. Andererseits gibt es Argumente dafür, dass Neuwahlen das Land weiter destabilisieren könnten, insbesondere in einer Zeit, in der Deutschland vor großen wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen steht. Das Argument für politische Stabilität wird jedoch von vielen als trügerisch angesehen. Wie kann es Stabilität in einem System geben, in dem der Volkswille ignoriert wird? Das ist die Frage, die sich viele Kritiker stellen. Sie argumentieren, dass wahre Stabilität nur dann erreicht werden kann, wenn die Regierung die Wünsche des Volkes getreu widerspiegelt und in Übereinstimmung mit ihnen handelt. Die Wahrnehmung, dass die politische Klasse von der Realität der einfachen Bürger abgekoppelt ist, steigert nur das Misstrauen und die Unzufriedenheit, was wiederum populistische und extremistische Bewegungen befeuert. Politiker haben nun die Gelegenheit zu zeigen, dass sie den Menschen zuhören und bereit sind, ihre Politik so anzupassen, dass sie den Interessen der Nation besser dient. Dies erfordert jedoch ein echtes Engagement für Transparenz, Rechenschaftspflicht und Inklusion. Für die Wähler bieten die Neuwahlen eine Chance, ihre Prioritäten neu zu bewerten und Führungskräfte zu wählen, die ihre Anliegen und Wünsche wirklich vertreten. Deutschland kommt als einer der größten Volkswirtschaften der Welt und einer tragenden Säule der Europäischen Union eine entscheidende Rolle auf der globalen Bühne zu. Die Entscheidungen, die in den kommenden Wochen und Monaten getroffen werden, werden nicht nur Auswirkungen auf die Zukunft des Landes haben, sondern auch erhebliche Auswirkungen auf Europa und die Welt haben. Die Wochen vor den Wahlen versprechen eine zeitintensiver politischer Aktivität und heftiger Debatten zu werden. Die Art und Weise, wie die verschiedenen politischen Akteure sich positionieren und welche Strategien sie verfolgen, wird für die Zukunft Deutschlands entscheidend sein. Mehr denn je ist es wichtig, dass die politische Klasse Führungsstärke und Engagement für demokratische Prinzipien zeigt und dafür sorgt, dass die Stimme des Volkes